Tja, hi Leute, im Zuge einer lang dahin gezögerten nächsten 5 Minuten Aufnahme, muss mal gucken, wo sind, da sind die, ähm, melde ich mich an mich selbst, haha, hallo auch, wie geht's dir denn, wo bist du denn, ich, ich bin gerade, irgendwie kurz vor Alicante, ich hatte ja prophezeit, dass ich Außenaufnahmen machen werde, also, dass diese Außenaufnahme so weit weg ist, von dem, wo ich vorher war, hätte ich nicht gedacht, was geht ab, tja, was geht ab, im Hintergrund rauscht das Mittelmeer, ich selbst rausche brain mäßig extrem, weiß gar nicht, was genau, was abläuft Halbmond, wie ich sehe, da oben, da, was man Himmel nennt Tja, das ist extrem schwierig heute Im Zuge einer Hilfsaktion für ein Freund in Portugal bin ich jetzt hier gelandet irgendwo Mittelspanien Obwohl, es ist gar nicht mehr so weit, bis nach Nordspanien Habe im Gesicht ein bisschen Farbe zugelegt Das ist jetzt auf der Liege mit Barbar Hund ein Füßen und immer ein Blick auf die fünf Minuten Also politisch über das Internet möchte ich mich nicht weissern Da blicke ich überhaupt nicht mehr durch, was da so kreuz und quer rumfleucht Ah, ich kreie nicht mehr, das ist mir alles zu hoch Das ist mir also so spanische Dörfer, römische Castilius oder weiß der Himmel was Was aber mich selbst angeht Von Tag zu Tag, wie immer So lange, bis man irgendwann mal den Löffel abgegeben hat und der nächste Tag nicht mehr kommt Na, ihr bösen Tage Oh, ihr bösen Tage Mal die Augen ein bisschen bedecken Das ist natürlich besser zu sehen, obwohl ich da reinlick sehe Ich zahle ja schon wieder drei Minuten rum Was haben wir denn gemacht? Wir haben Was haben wir denn? Gar nicht, sagen wir Wir haben Wir haben Haben wir, genau Und dann haben wir auch noch weiter Und wir werden auch noch haben Und dann haben wir, wenn wir gehabt haben Wir hatten Wir haben Werden gehabt haben Hatten wir Haben wir Werden wir haben Ich bin ja direkt an so einem Zaun Draußen ist ein Fußweg Der vorbei geht In so einer hohlen Gasse Durch die hohle Gasse werden sie kommen Spanier Einheimische Ganz ruhig Gefährlich Die beißen Das Grausche, wie gesagt Das wird wahrscheinlich gehört Ich muss das mal abhören hinterher Wenn das Grausche hört Aber ansonsten Da ein Hund In der Höhle Und immer das Grausche Das Meer ist Also diesmal nicht im Bett mit Baba Sondern Auch nicht in der Sahara Oder in Portugal Sondern in Spanien mit Baba Da sind ja immer noch 30 Sekunden Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir verraten Wo wir sind Jetzt müssen wir doch verraten Wer wir sind Wir sind niemand Und wir sind nirgendwo Und mein Hund Der heißt niemand Und der liegt mir zu Füßen Und Wenn sie nicht gestorben sind Da leben sie noch heute Wie war das mit Tänsel und Grittel? Da komme ich jetzt nicht mehr hinter Aber ich suche jetzt mal den Auskopf Und sage Bis die Tage, Leute See you Und dann gehen wir zu Füßen Und dann gehen wir zu Füßen Und dann gehen wir zu Füßen